Willkommen bei Projekte 64. Heute ist Mittag 291. Wir sind hier in Basel an einem Geburtstagsfest und man heisst heute Mittag mit der Süd zu tun. So, kann ich dich hören aus? Kann man das mal zeigen? Es war teuer! Falls es nicht funktionieren wird, habe ich so eine Schachtel. Falls etwas mit dem Ring passieren würde, darfst du es behalten. Ist gut. Kommst du ein bisschen näher? Wenn ich so mache, dann verwandelt sich der Ring in einen Schlüssel. Bringst du den Schlüssel einmal? Kommst du ein bisschen näher? Machst du mal den Schlüssel? Das passt dir nicht. Mach es mal auf. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der Ring ist dort. Sehst du es? Beweis? Super. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Es hat keinen doppelten Boden. Es ist wirklich wie super. Danke schön. Danke fürs Mitmachen. Der Ring darfst die Hälte und das nehme ich wieder zurück. Genau. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis morgen. Super. Super. Das ist super. Ich habe mich extrem konzentriert und habe es gleich nicht mitgekriegt. Wieso? Ich habe mich extrem konzentriert auf den Ring. Und dann machst du Bef und dann ist der Schlüssel und der Ring ist in diesem Schächte. Und das Schächte ist nicht irgendwie losig. Man sieht nichts. Man merkt nichts. Ganz, ganz, ganz knapp. Sehr gut. Das ist ein Schergerät. Na, das ist wirklich fast. Ich habe mich sehr gut gemacht. Ich habe mich sehr gut gemacht. Ich habe mich sehr gut gemacht.